Fühlen Sie sich frei, das schöne HTC Desira 828 Dual Telefon, Preis und Spezifikationen zu kaufen. HTC hat im November 2015 den Vorhang für sein neues HTC Desira 828 Telefon entfernt, das eine der Versionen der angesehenen Desira Serie des Unternehmens ist. Das Telefon kommt mit Spezifikationen und Funktionen auf den Markt, die es von anderen Handys in unterscheiden diese Kategorie und ist in der Lage, mit verschiedenen Marken anderer Mobiltelefone zu konkurrieren. Technische Daten des HTC Desira 828 Das Telefon unterstützt vier Gelder Netze. Das Telefon unterstützt zwei Nano-SIM-Karten. Die Abmissungen des Telefons betragen 157,7 x 78,9 x 7,9 mm. Der Bildschirm des Telefons ist 5,5 Zoll groß, mit einer Auflösung von 1080 x 1920 Pixel. Kapazitiver Typ, unterstützt Berührungen und liefert 401 Pixel pro Zoll. Die hintere Kamera des Telefons verfügt über einen 13 Megapixel und 1,2,2 Objektiv-Stackplatz mit Lateblitz und unterstützt 1080p Video-Aufzeichnung. Die vordere Kamera verfügt über einen 4 Megapixel und 1,2,0 Objektiv-Stackplatz. Das Telefon unterstützt das Betriebssystem Android Lollipop V5.1. Octa-Core-Prozessor mit 1,5 GHz, Mediatik MT6753-Chip und Mali-T720 MP3-Grafik-Prozessor. Der interne Speicher des Telefons beträgt 16 GB und kann mit einer Micro-SD-Karte, bis zu 256 GB, mit einem zufälligen Speicher von 2 GB RAM erweitert werden. Der Akku des Telefons besteht aus Lithium-Ionen mit einer Kapazität von 2800 Mali und ist nicht entfernbar. HTC des ERA 828 Funktionen Das Telefon unterstützt 4 GHz Netze. Das Telefon verfügt über ein UKW-Radio. Es gibt ein holpriges Mikrofon, um Umgebungsgeräusche zu unterdrücken. Mit dem Octa-Core-Prozessor mit 2 GB können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig öffnen. Nachteile des HTC des ERA 828 Mobile Es gibt keinen Fingerabdrucksensor. Nicht durch eine Schutzschicht für den Bildschirm vor Kratzern und Stößen geschützt. Altes Android-Lollipop-Betriebssystem Desichen HTC des ERA 828 Farben Das HTC des ERA 828 bietet ein hochwertiges Desichen- und gute Desichen-Materialien mit einer Höhe von 157,7 mm, einer Breite von 78,9 mm und einer Dicke von 7,9 mm. Wenn wir auf das Telefon schauen, finden wir die Vorderseite des Bildschirms, die Oberseite des Telefons, die Frontkamera und die Lautsprecher unten. Auf der Rückseite des Telefons befinden sich die Rückfahrkamera und der LED-Blitz. Rechts neben dem Telefon befinden sich die Lautstärke-Regler und die Ein-Aus-Taste des Telefons. An der Oberseite des Telefons befindet sich ein externer 3,5 mm Lautsprecheranschluss und an der Unterseite des Telefons befindet sich ein USB-Anschluss. Das Telefon ist in schwarz-weiß erhältlich. Die letzte Aktualisierung des Mobilfunkpreises erfolgte am 6. Dezember 2018. Der Bildschirm HTC des ERA 828 Telefonbildschirm Das HTC des ERA 828 verfügt über einen kapazitiven Full-HD-Bildschirm, der Touch, 16 Millionen Farben, 5,5 Zoll, eine Auflösung von 1080 bei 1920 Pixel, 401 Pixel pro Zoll und Multi-Touch unterstützt. Leider wird dir der Bildschirm ohne Schutzbeschichtung geliefert, sodass Sie einen Aufkleber kaufen müssen, um den Bildschirm zu schützen. Von Kratzern und Stößen Der Bildschirm ist 67% der Größe des Telefons und bietet lebendige, helle Farben und mehr als gute Betrachtungswinkeln. Mobile Leistung Das HTC des ERA 828 wird mit dem Betriebssystem Android Lollipop V5.1 geliefert. Die Prozessorplatine des Telefons ist mit einem 1,5 GHz Codex A53 Octa-Core Prozessor mit einem Mediatik MT6753 Chip und einem Mali-T720 MP3 Grafikprozessor ausgestattet. Der interne Speicher des Telefons beträgt 16 GB und kann mithilfe einer Micro-SD-Karte auf bis zu 256 GB mit einem zufälligen Speicher von 2 GB RAM erweitert werden. Kamera HTC des ERA 828 Telefonkamera Das HTC des ERA bietet eine gute Kamera, weshalb wir die 13 Megapixel Rückfahrkamera mit 1,2,2 Objektivschlitz mit Late-Blitz und Autofokus-Funktion, optische Noise-Stabilisator mit Good-Aging, Gesichtserkennung, Panorama und HDR gefunden haben und diese unterstützt. 1080p Videoaufnahme und 30 Bilder im zweiten Fall hat die Frontkamera 4 Megapixel und einen Steckplatz für 1,2,0 Objektive. Die Kameraleistung ist gut, aber unter anderem Handys schwach. Wir haben festgestellt, dass die Kamera bei guter Beleuchtung gute Fotos liefert. Je weniger Licht vorhanden ist, desto geringer ist die Bildqualität. Batterie Das HTC des ERA 828 bietet einen guten 2800 Mal Lithium-Ionen-Akku, der nicht entfernbar ist und kein schnelles Laden unterstützt. Paketinhalt Telefonzelle Telefon, USB-Verbindung, Headset, Ladegerät, Telefonbenutzerhandbuch HTC des ERA 828 Handypreis 136 Dollar